Früher mussten Patienten nach größeren Eingriffen drei bis vier Wochen im Krankenhaus bleiben. Heute können wir sie schon nach vier bis fünf Tagen entlassen. Chefarzt Dr. Munir Deeb spricht von einem Meilenstein der modernen Medizin. Minimalinvasiv heißt das Zauberwort. Setzten Chirurgen früher das Skalpell an und operierten dann am Patienten, so wird in der Ammerland-Klinik immer häufiger minimalinvasiv gearbeitet. Das bedeutet, der Chirurg arbeitet mit zwei stecknadelähnlichen Instrumenten, die zum Beispiel durch die Bauchdecke eingeführt werden. Dazu kommt noch eine Sonde mit Kamera. Die Ammerland-Klinik gehört bundesweit zu den führenden Krankenhäusern in diesem Bereich, meint Chefarzt Deeb. Zwei Millionen Euro hat die Klinik in die Technik investiert. Doch für die Operationsmethode braucht es qualifizierte Mediziner. Und die benötigen viel Training und eine sehr gute Feinmotorik. Deshalb richtete der Chefarzt immer wieder Trainingslager in der Klinik ein. In dieser Woche gab es für knapp 30 junge Mediziner und Studenten so ein Trainingscamp.